Yo, was geht ab YouTube? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Main-Kanal. Heute geht es um die Klassen. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, kam ja doch ein sehr großer Patch vor allem, was die Waffen-Balance angeht. Das heißt, viele Waffen wurden besser, viele wurden schlechter gemacht. Ich glaube aber tatsächlich, wenige Waffen wurden komplett gar nicht angerührt. Und ich würde sagen, wir verschwenden nicht viel Zeit und gehen direkt mal rein ins Klassen-Lab. Ich muss mich ein bisschen leiser, dass ihr nicht die ganze Zeit King Kong und Godzilla so laut hört. Und ich stelle euch heute mal meine Klassen vor. Wie gesagt, schreibt mir gerne vorab in die Kommentare, bevor ich euch die Klassen jetzt zeige, was ihr momentan gerne spielt. Was ihr findet, was die beste Waffe ist, die für euch am besten funktioniert nach dem Season 3 Reloaded-Patch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Klassen, die ich euch vorstelle. Ich werde so ein paar Worte zu jeder Klasse verlieren, dass ihr auch wisst, worauf ihr euch da einlässt. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Vorab, ihr wisst, viele von euch wissen, dass ich fast ausschließlich Rebirth spiele. Wenn es eine Waffe geben sollte, die wirklich nur auf Rebirth-Spiele ist oder besser auf Rebirth, sage ich immer nochmal bei den jeweiligen Klassen dazu. Also würde ich sagen, springen wir direkt rein. Da haben wir einmal die Automatron. Die Automatron ist vor allem auf Rebirth auf jeden Fall ein Killer. Klar, macht sie nicht allzu krassen Damage, aber dadurch, dass sie halt sehr schnell schießt und ja, ich sag mal, sehr moderat und bis keinen Rückstoß hat, ist das Ding auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Teil. Ihr könnt hier noch ab und zu gehen. Ihr könnt auch beispielsweise den hier spielen, den Padded. Ich würde euch aber empfehlen mit dem Skeletal. Ist ein bisschen gewinnungsbedürftig, aber wenn ihr euch da 1, 2, 3, 4 Runden teilgewöhnt habt, ist das Ding hier sehr gut. Kann man auch auf Caldera spielen, ja. Auf jeden Fall und dazu momentan meine Lieblings-MP nach dem Update, mit der Ongar noch vielleicht zusammen, ist einmal die MP40 mit dem Folding-Stock, Slate-Reflector. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr möchtet, hier das ISO 1 oder 2 spielen. Da habt ihr nochmal ein bisschen Cleaner in Ironside, ist euch überlassen. Ansonsten, die Perks sollten eigentlich soweit oder die Waffenaufsätze sollten soweit klar sein. Perks sage ich jetzt auch einmal vorab hier bei der Klasse. Auf Rebirth würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, Quick Fix zu spielen. Ihr könnt auch Serpentine spielen, ist jetzt neu. Zeige ich euch später mal, in welcher Klasse das meiner Meinung nach eventuell mehr Sinn machen würde. Ansonsten würde ich euch auf jeden Fall Quick Fix empfehlen, dadurch, dass ihr auch mehr Leben auf Rebirth jetzt habt. Ist das schon ein Game Changer, wenn ihr da quasi direkt einen Lebensboost bekommt oder eure Lebensregeneration direkt startet. Also Quick Fix würde ich euch empfehlen. Ansonsten vielleicht, wie gesagt, IUD für weniger Schaden und dann natürlich Amt auf Caldera Combat Scout, damit ihr auch was seht. Ne, völlig klar. Und wenn ihr es euch leisten könnt und vielleicht schon mal am Low-Lot wart, würde ich immer mit Tempered gehen. Also gehärtet, dass ihr nur zwei Platten braucht. Oder eventuell halt mit Restock oder Ghost. Ich meine, kommt ihr auch drauf an, was ihr für ein Spielertyp seid. Ansonsten würde ich da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Hier natürlich noch eine Stim drin. Habe ich noch nicht geändert. Ist mir gerade erst aufgefallen. Da, ähm, mein Appell an euch, spielt entweder Flashes, Stunts oder Snapshots. Oder ihr spielt halt Hardbeat. Aber Sims machen meiner Meinung nach keinen Sinn mehr. Ansonsten würde ich einfach mit einer Stun gehen. Und dann mit einem Choring Knife oder mit einer Sam-Tax. Könnt ihr ihr ab und zu geben. Dann verschwenden wir nicht viel Zeit. Gehen direkt in die nächste Klasse. Nächste Klasse wäre die XM4. Da hat sich eigentlich nicht viel dran geändert. Die wird, glaube ich, so minimal genervt. Aber man kann sie trotzdem noch sehr gut spielen. Ihr kennt das. Die Cold War Waffen. Ähm, Agency Schalldämpfer. Letzter Lauf. Feldagent. 60er Mech. Dreifach Visier. Ähm, und für die Leute, die sich eventuell bei meinen Gameplays von der XM4 gefragt haben, welches Visier ich benutze, das ist das Disruptor Visier. Ähm, das ist aus... Googelt es einfach Disruptor. Das müsste aus Cold War Zombies sein, falls ihr da Bock habt, euch das unbedingt zu erspielen. Ähm, ja, werdet ihr es ziemlich schnell finden. Ähm, genau. Dazu kann ich euch auch empfehlen. Ähm, für mich die beste Sekundärwaffe mit der Diamatti. Aber ich finde, ich mag lieber die AMP irgendwie noch lieber. Auch wenn ihr Diamatti manchmal krasser oder krasser bullshittet. Ähm, in dem Sinne, die AMP, ja, kann ich euch ans Herz legen. Agency. Letzter Lauf. Tiger Team. Letztes Mac. Und Schlangenumwicklung. Oder Serpent Rap. Ähm, könnt ihr bei allem spielen. Also, ob ihr jetzt hier beispielsweise wie ich euch eine Klasse macht, für... mit einer XM4, mit einer Roboter, mit einer Automatron, ne. Mit, egal was für eine Waffe, AMP ist ein sehr, sehr guter Begleiter für euch als Sekundärwaffe. Wenn ihr mal eben nicht Overkill ziehen wollt, sondern halt gehärtet, Geist oder Restock, ja. Kann ich euch nur empfehlen. AMP. Sehr, 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 sehr starke Waffe. Ähm, jetzt hier kommen wir so ein bisschen... Ich will euch jetzt auch nicht nur die Meta sagen, die ihr alle schon kennen. Ich will euch mal ein bisschen was Besonderes vorstellen, in Anführungszeichen. EM2, sage ich immer vorab, sollten nur die Leute von euch benutzen, die auf PC spielen. Ähm, zumindest so habe ich es... so würde ich es behaupten wollen. Ich meine, ich bin jetzt nicht ein aktiver PS4-Zocker, so wie manche von euch. Aber der Recoil ist schon hart von der Waffe. Ähm, ihr könnt es ja mal probieren. Vielleicht seid ihr auch ein Ausnahmetalent und ihr schafft es auch auf der PS4. Ansonsten, wenn ihr euch das Ding zutraut, auf PC ist es immer noch eine sehr solide Waffe. Zumindestens für Rebirth. Ich finde, auf Caldera macht die EM2 weniger Sinn, weil, ja, auf Range trifft man nicht mehr so viel. Aber auf Rebirth sind die meisten, ähm, Fights ja auf kurze bis mittlere Distanz. Da kann ich euch das Ding noch ans Herz legen, falls ihr euch das zutraut. Haut echt noch gut rein, muss ich sagen. Also ist eine geile Waffe, auch einer meiner Lieblingswaffen. Und dazu die Hipfire PPSH mit dem entfernten Schaft. Und, ja, weil die Aufsätze, da muss ich nicht viel zu sagen. Da müsst ihr nicht reinnehmen. Da heißt es einfach schießen und hoffen, dass ihr alles trifft, ähm, oder trefft. Von dem her ist auch so ein bisschen so eine Spaßklasse, aber jetzt einfach mal aus. Ähm, kann man auf jeden Fall sehr gut tryen. Die Hipfire PPSH. Äh, und auch nochmal, sag ich jetzt auch, das letzte Mal. Dann gehen wir weiter im Takt. Ihr könnt hier alle Waffen, ob es jetzt die MP40 ist, die Hipfire PPSH oder die Owen Gun, die ich euch jetzt zeige. Ihr könnt das natürlich kombinieren. Sagen wir jetzt mal, ihr überlegt hier, ihr spielt die MP40, aber die Roboter gefällt euch nicht. Dann behaltet die MP40 und spielt vielleicht die, äh, XM4 oder, ne, die EM2. Also ihr seid da logischerweise an nichts gebunden. Das sind einfach nur Vorschläge. Eventuell helfe ich euch. Eventuell auch weniger. Ja, vielleicht sagen manche von euch auch, Alter, die Klasse ist komplett shit. Dann probiert mal die nächste. Von dem her, das ist hier ja nicht in Stein gemeißelt. Ihr könnt da ab und zu geben. Ich appelliere sogar, da ab und zu zu geben. Dann nächste Waffe auch hier, wenig Zeit verschwenden. Ähm, ist der letzte Schaft auf der Kahn, ja, falls ihr Bock habt auf, ähm, Rebirth zu snipen. Ist, glaube ich, bis 40 Meter noch One-Shot in den Kopf. Das wurde ja geändert. Ansonsten kann ich euch Stand jetzt, ja, Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, ähm, die AX50 empfehlen. Die ist nämlich verbuggt. Die hat einen sogenannten Hitscan-Bug. Das heißt, sobald ihr schießt, ist die Kugel direkt da, wo ihr hinnehmt. Also, beispielsweise, da steht ein Gegner 1000 Meter weg. Ihr schießt, die Kugel ist direkt da. Was super broken ist und auch keinen Sinn macht und so auch nicht gewollt ist. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch eine AX50 euch bauen. Und die könntet dann sogar theoretisch, würde ich euch sogar empfehlen, einfach nur auf ADS bauen. Das heißt, dass ihr ganz schnell rein aimt. Weil, wie gesagt, die Bullet-Velocity ist da verbuggt. Ich würde jetzt hier mal nachschauen. Dann mit dem, eventuell mit dem Variablen-Scope. Ähm, und dann so. Aber, wie gesagt, das kann auch gut sein, dass die bis dahin gepatcht ist. Von dem her mit unter Vorbehalt, sage ich euch das. Wahrscheinlich wird sie gepatcht sein. Ich wollte es euch trotzdem sagen, weil vielleicht schlafen sie auch. Und ihr könnt die AX50 dann trotzdem tryen. Ähm, dazu die Own Gun. So wie ich sie tatsächlich jetzt auch vor dem Patch gespielt habe. Da müsst ihr auch mal gucken, ob es was für euch ist. Wir spielen hier nämlich den 142 Millimeter Rapid-Lauf. Ähm, mit dem 762er Magazin. Und der Rest ist eigentlich relativ klar. Ähm, das Ding schießt unfassbar schnell. Ja, macht auch noch guten Damage. Aber wie gesagt, ist vielleicht für den einen oder anderen wiederum zu schnell. Also schießt zu schnell. Ist auch ein bisschen, was den Recall angeht, jetzt nicht allzu einfach. Müsst ihr mal testen, ob ihr damit klarkommt. Own Gun. Ja, ähm. Hier jetzt mal ein bisschen eine besondere Klasse. Wie gesagt, ich würde euch nicht nur langweilen mit Meta-Stuff. Ähm, habe ich auch mal ein Video zugemacht. Hier zur Stoner. Die Stoner ist tatsächlich auch eine Waffe, wenn ihr jetzt nicht nur am Rumlaufen seid. Und ja, ihr wollt einfach mal was anderes austesten von den normalen, äh, Meta-ARs. Echt eine solide, solide Möglichkeit, mal was anderes zu zocken, ja. Ihr könnt hier gerne statt der Schlangenumwicklung euch ein dickeres Mech einpacken. 120er Mech. Oder wenn ihr es ganz hart haben wollt, ein 150er würde ich euch nicht empfehlen. Wenn ihr mal, ich würde mit dem Serpent-Rap gehen. Ähm, und der Stoner. Wie gesagt, die hittet krass rein. Die macht sehr, sehr guten Damage. Vor allem auch Rebirth. Und dazu habe ich euch hier mal die Milano vorgestellt. Milano, auch vorab, kann man auch sehr gut als AR nutzen. Ähm, ich habe sie jetzt mal einfach hier als SMG gebaut. Ihr könntet theoretisch sogar, wenn ihr sie jetzt wirklich nur als Close-SMG nutzen wollt, ja. Könnt ihr theoretisch sogar hier das wegmachen. Ähm, benutzt dann hier den Bruiser-Crip. Und, äh, benutzt hier den Tiger-Team. Das wäre tatsächlich mein Setup für, wenn ihr sie komplett als, ähm, SMG nur benutzen wollt. Ähm, falls ihr sie so auch mal wie ich spielen möchtet, auf ein bisschen, äh, mehr Range, ja. Gebt ihr euch hier das, äh, die kann man tatsächlich auch als AR benutzen. Also ich verarsche euch da nicht. Ähm, da würde ich euch empfehlen, die so zu spielen. Ähm, und tatsächlich mit dem Ranger-Lauf, weil das einfach eine bessere Bullet-Velocity hat. Das heißt, ähm, da wo ihr hinschießt, kommt die Kugeln auch einfach schneller an. Ähm, von dem her könnt ihr beide, äh, Varianten mal tryen, ja. Das hier jetzt wäre die AR-Variante, die ich davor gezeigt habe, wäre die SMG-Variante. Ähm, genau. Das habe ich halt wisst. Hier ein bisschen ehrenlos. Zeige ich auch nur ganz knapp. Wenn ihr den Leuten auf den Keks gehen wollt, geht ihr auf den Keks. Ähm, ja. Aber ihr habt es natürlich nicht von mir gehört. Äh, dazu den Raketenwerfer, Restock, S-Mine und Flash. Ja, muss jeder auch wissen, wie er das, ob er das machen will. Das ist Spaßklasse. Ähm, genau. Jetzt hier zu der Meta-Waffe eigentlich immer noch schlechthin. Einmal die, ähm, STG. Ich spiele sie mit dem Precision. Ihr könnt auch den letzten Stock spielen. Auch da einfach schauen, was euch besser gefällt. Ansonsten sind die Aufsätze eigentlich relativ easy. Ihr könnt hier tatsächlich auch was anderes spielen. Eventuell Fingerfertigkeit oder Akrobatik. Ich finde Nerve of Steel ganz gut, wenn man vor allem auch, äh, Trio-Quads spielt. Wenn man ja viele Gunfights hat, wenn man schon auch oft angeschossen wird. Und dann schreckt man halt weniger auf. Ähm, no, ansonsten einfach Aufsätze kopieren. Ähm, hier die Typ 100 ist auch ein Kracher. Und falls ihr euch, ich hab's anfangs des Videos ja kurz erwähnt. Falls ihr euch jetzt hier wundert, warum wir also den Skeletal oder Skelett schafft, ähm, spielen. Und hier unten Gangho hat folgenden Vorteil oder folgenden, folgenden Hintergedanken. Ihr spielt in der Klasse mal Serpentine. Das heißt, Serpentine, für die, die es nicht wissen, ist ein neues Perk. Wenn ihr sprintet, kriegt ihr 20% weniger Schaden von Explosionen und Kugeln. Ja, und Feuer. Keine Ahnung, was die mit Feuer meinen. Molotov? Hm, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau. Das Perk in Verbindung mit Gangho könnte, oder ist krass, weil ihr quasi beim Full-Sprinten schießen könnt. Und ihr kriegt weniger Schaden. Das heißt, probiert's einfach mal aus. Vielleicht ist es was für euch. Ja, hier, by the way, das 36er Russian Short Mag. Ähm, ja, also auch, wie gesagt, könnt ihr gerne auch mal prinzipiell bei allen Vanguard-SMGs austesten, die es haben, Gangho. Im, 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 also im Zusammenhang oder in Kombination mit, ähm, dem ersten Perk. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Serpentine. Ähm, und mal gucken, ob euch das was taugt. Ähm, das könnt, also wie gesagt, das kann schon eine krasse Kombo sein. Dann hier, die Fahrer wurde zwar ein bisschen genervt, bevor ihr jetzt sagt, die Fahrer wurde schlechter gemacht. Ist trotzdem noch sehr, sehr solide. Das heißt, ähm, wie gesagt, auch ihr kennt das, Splat Sunscript, 60er Mag, dreifach, letzter Lauf. Ähm, und GRU-Suppressor, Fahrer, ja, auch auf, ähm, Rebirth, sehr, sehr solide. Dazu auch mal ein bisschen was anderes. Die MW-Aug, die droppt sehr schnell, ja, sehr schnell. Kann ich auch mal eins Herz legen, wenn ihr einfach mal Bock habt auf was anderes macht. Und einfach mega Spaß zu spielen, das Teil. Sind wir schon bei der vorletzten Klasse, ja. Das wäre einmal die Krieg-6. Ähm, würde ich vor allem die allen, jeden empfehlen, die, ja, eine Waffe wollen, die jetzt nicht unnormal krass viel Schaden macht, aber die nahezu keinen Rückstoß hat und einfach einfach zu bedienen ist. Einfach zu handeln. Ähm, da gehen wir auch ganz klar mit dem letzten Schaft. Ihr könnt theoretisch auch den ja benutzen, aber ich würde zum letzten tendieren und euch den empfehlen. Ähm, dann den Agency-Suppressor, Feldagent, 60er Mag und Dreifach-Visier. Äh, so wie ihr das kennt. Jetzt, eingangs hatte ich euch eine Owen gezeigt, die schnell schießt. Jetzt haben wir hier eine, die langsam schießt. Wir spielen sie ohne Lauf und mit dem 8mm, äh, 60er Round-Srum Mag. Ansonsten bleibt eigentlich alles identisch. Ähm, da muss ich sagen, die Waffe schießt zwar langsam, aber wenn ihr da eure Shots mit hittet, also ihr, ihr trefft sehr gut, dann hat der Gegner eigentlich keine Chance, weil die macht unfassbar krassen Schaden. Vor allem auf den Kopf, aber wie gesagt, müsst ihr mal austesten, ob euch eher die langsame Variante, was die Schussrate angeht, ähm, mehr taugt oder die, ähm, die richtig rausrattert. So, und das ist auch schon jetzt meine letzte Klasse, die ich euch vorstellen möchte. Ähm, ja, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, freut mich, hoffe, ihr könnt was mitnehmen, ist die, ich glaube, die Waffe, die am meisten profitiert hat vom Buff oder vom Update, ist die Bar. Ähm, ich zeige euch das einmal hier. Wir spielen den Koopa, äh, Stock. Ihr könnt auch den Charion, Charion, äh, ähm, Schaft spielen. Ich würde euch empfehlen, einfach mit dem, wie gesagt, meine Empfehlung wieder der letzte. Ähm, ich spiele ganz normal das, äh, 3- bis 6-fach Visier. Ihr könnt theoretisch auch das 2,5-fach spielen, ist auch, wie gesagt, das sind so Sachen, da müsst ihr einfach schauen, was für euch besser funktioniert. Ähm, ich spiele auf jeden Fall den ersten Lauf, den Recall Booster, den Handstop, ganz wichtig auch die 8mm, weil ihr wollt, dass das Ding schnell schießt. Das ist quasi der, ja, der größte Minuspunkt gewesen an der Bau, da ist der größte Minuspunkt, deshalb heißt das, dass wir hier mit dem Recall Booster und dem 8mm Mac dem entgegenwirken. Dann würde ich euch hier Hardscope empfehlen und Fully Loaded, das heißt, ihr seid da auch, was das angeht, versorgt. Und dazu ein zeitloses Meisterwerk, ja, ähm, der SMGs wäre die OTS, ja, einmal ich spiele sie mit dem GUR Suppressor, dem letzten Lauf, dem letzten Mac, dem Schlang, der Schlangumwicklung und dem Skelettschaft, ja, Skelettschaft hier, der letzte. Ähm, ansonsten könnt ihr auch sehr gerne statt, ähm, der Schlangumwicklung, dann aimt ihr halt langsam rein, den Tiger-Team, seid ein bisschen mobiler, müsst ihr wissen, ich spiele lieber mit Schlangumwicklung. Ähm, und ansonsten, ähm, war es das eigentlich schon zum Klassenvideo, wurde jetzt, äh, wir sind jetzt hier bei so 14 Minuten, ich hoffe, ich habe euch ganz kurz und knapp die Sachen erläutert, ja, ähm, ansonsten, falls ihr mal irgendwie neue Vorschläge habt oder irgendeine Waffe ganz besonders krass findet oder einfach, was euch am meisten Bock macht, schreibt es ja gerne in die Kommentare. Das sind meine Klassen, mit denen ich momentan Warzone zocke, ja, ähm, ansonsten gebe ich euch noch hier einen ganz kleinen Tipp mit am Rande, vor allem, wenn ihr beispielsweise hier, ähm, das 3- bis 6-fach Visier spielt, würde ich immer empfehlen, hier das, äh, bei dem, äh, ja, Perfekt, Digga, das war Lost Story, ich meine natürlich das, äh, G2-5-Visier würde ich euch tatsächlich empfehlen, euch das hier anzueignen, wenn ihr das schon habt, sollte jeder von euch haben, 250 Kills, während man im Scope ist, das Crosshair-Dotter, das ist nochmal ein bisschen cleaner als das Standard, ähm, Visier, aber ist jetzt auch nicht, ne, in meinem Gottes Willen, ist jetzt auch nicht so gravierend, ist mir hier nur noch eingefallen, gerade zum Schluss. Ansonsten wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß beim Nachspielen der Klassen, ja, beim bisschen rumbauen, bisschen rumbasteln, wie gesagt, vielleicht war was dabei für den einen oder anderen und natürlich, ja, würde ich mich über ein Like, ein Abo, ein Kommentar freuen. Ansonsten viel Spaß beim Nachspielen, viel Spaß, wünsche euch gute Warzone-Lobbys, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.